So meine Freunde, moin zusammen, ich grüße euch zu diesem Video. Ja, und das Thema Strom und die ganzen Pleiten der verschiedenen Stromanbieter lässt mir wirklich keine Ruhe. Und so habe ich jetzt hier einen interessanten Artikel noch gelesen im Fokus. So heißt es nämlich, zehntausende Kunden betroffen, sieben Versorger liefern bereits keinen Strom mehr. Und ihr erinnert euch an, ich habe ja sukzessive in den letzten Wochen darüber berichtet und gerade ganz, ganz aktuell war es ja um den Anbieter Stromio, der jetzt auch keine Lieferungen mehr macht hat. Und ohne Ankündigung oder ähnliches, hat er einfach den Strom quasi abgeschaltet, in Anführungsstrichen, ist man dann umgestellt worden auf einen Grundversorger. Das Problem darum, habe ich in meinem letzten Video ja auch ausführlich behandelt, dass der Tarif dort natürlich deutlich, deutlich teurerer ist, als der, den man bei so einem Discounter dann sich angeschafft hat. Und anstelle dann 25, 28 Cent pro Kilowattstunde, zahlt man dann mal flockige 75 Cent, 70 Cent, vielleicht 50 Cent. Also zwei, drei, vierfache mehr ist hier keine Seltenheit. Ich habe zahlreiche E-Mails und auch Fotos bezüglich dieser Kosten per Instagram von euch zugeschickt bekommen. So und nebenbei, jetzt ist auch noch Neckermann und NQ ebenfalls hier betroffen von der Situation, dass sie keinen Strom mehr zur Verfügung stellen. Dann auch noch leider ein Plusartikel, Billigstronanbieter lässt 1500 Erfurter Haushalte hier im Stich, schreibt die tlz.de. Und um dem Ganzen jetzt mal so einen kleinen Überblick zu geben, gucken wir jetzt hier nochmal in den Fokusartikel, weil die das ganz interessant aufgelistet haben. Und so heißt es nämlich hier, Zitat, der Markt wird sich konsolidieren und wir werden nicht nur weitere Lieferstops, sondern auch Insolvenzen sehen, prognostiziert Udo Sieverding, Energieexperte der Verbraucherzentrale NRW gegenüber dem Handelsblatt. Und dafür muss man kein Energieexperte oder ähnliches sein. Es wird weiterkommen und konsolidieren. Was bedeutet das in dem Zusammenhang? Das bedeutet einfach nur, wir werden mehr Pleiten sehen und werden sehen, dass die Preise auch sukzessive ansteigen werden. Und wer in einem festen Vertrag drin ist und sich sicher wiegt und denkt, jo, ich habe zum Glück im letzten Jahr, wie ich beispielsweise, bei einem größeren Anbieter abgeschlossen. Das muss nichts heißen. Das ist das Schlimme. Also, wer sind diese sieben betroffenen Firmen? Optima Energie, hier aus Brandenburger Strom- und Erdgaslieferant, meldet Mitte Oktober Insolvenz an. Nach eigenen Angaben sind rund 430 Kunden betroffen, darunter etwa 70% öffentliche Auftraggeber und 28% private Unternehmen. Hinzu kommen 5 private Kunden, also ein relativ kleiner Anbieter im Verhältnis aber nur gesehen. Und jede einzelne Existenz ist hier wirklich nicht zu vergessen. Smiling Green Energy, auch betroffen. 1500 private und gewerbliche Kunden dazugehören. Lithium Energie, 20.000 private Kunden mit Gas- und Ökostrom beliefert, die jetzt hier auch November Insolvenz angemeldet haben. Dann haben wir Fulminant Energy oder Energie, deutsch so, die auch 10.000 Kunden hatten. Drei Strom, darüber hatte ich berichtet, aus Sachsen-Heuerswerda, ohne Angabe von der Anzahl der Kunden. Neckermann Strom, was ich ehrlich gesagt gar nicht wusste, dass Neckermann auch Strom angeboten hat. Ja, dementsprechend mal flockige 13.000 Kunden, die betroffen sind. Und auch, last but not least, wie er schon bereits berichtet, Stromio mit hier auch zahlreichen Kunden vertreten. Also Leute, es graut mir einfach davor. Und die weitere Entwicklung, ich habe ja in meinem letzten Video auch darauf hingewiesen, dass wir zum Ende des Jahres weitere drei Kraftwerke in Deutschland abschalten. Und erklärt mir das doch mal einer nachvollziehbar und logisch. Wir haben nicht genug Strom aus alternativen Energien in Deutschland, gehen aber hin, schalten drei Kraftwerke ab, obwohl auch immer mehr Menschen in Deutschland leben, immer mehr Strombedarf besteht, so zum Beispiel Lele-Getro-Autos, und trotz dessen schaltet man die ab. Das ist doch absolut irre, das ist doch total irrational. Schreibt eure Meinung unten rein, habt einen schönen Abend, genießt das Weihnachtsfest, bis zum nächsten und ciao.